Ich gehe auf die große grüne Wiese. Ach, da ist ja mein Freund, der Vogel. Ach, wie still es hier ist, Peter. Ja. Ich schwimme im Teich. Ist das schön, dass das Gartentor offen gelassen wurde. Was bist du denn für ein Vogel, dass du gar nicht fliegen kannst? Ja, was bist du denn für ein Vogel, dass du nicht schwimmen kannst? Piep, 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 pie Ah, verdammt, hab ich ihn nicht erwischt. Quak, 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 quak. Hm, hm, wie komm ich da noch hoch? Wenn ich hoch bin, dann ist er bestimmt schon wieder weg. Hey, Peter. Ja, Großvater? Komm wieder rein. Da könnte der böse Wolf kommen. Ach, wirklich? Der böse Wolf? Ja, es ist ganz schön gefährlich. Okay, komm wieder rein. Ach, böser Wolf. Bla, bla, bla. Hm, was ist das? Äh, da, 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 da. Da, 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 da. Da ist ja der Wolf. Stell weg auf den Baum. Ah, der Wolf. Schnell, 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 schnell. Oh, Ente, lecker. Oh, da ist ja noch der Vogel. Und die Katze, die will ich auffressen. Wie komm ich da nur hoch? Hm, ich hab gar keine Angst. Ich kletter mal auf den Baum. Hup. Hm, 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 hm. Hey, Vogel. Ja? Flieg doch immer um die Schnauze des Wolfes herum. Aber pass auf, dass er dich nicht fängt. Okay, mach ich. Währenddessen lasse ich mal ein Seil runter. Und vielleicht kann ich ihn ja dann fangen. Oh, ich bin gefangen, gefangen im Seil. Ich bin der Jäger und ich möchte diesen Wolf töten. Halt, nein, nicht den Wolf töten. Ich habe ihn doch schon gefangen. Lassen Sie uns ihn lieber in den Zoo bringen. In den Zoo? Ja, in den Zoo. Ja, okay, dann bringen wir ihn in den Zoo. Und so gingen sie den Triumphzug zum Zoo. Vorneweg Peter. Danach der Wolf mit dem Jäger. Der Großvater und die Katze kamen danach. Ach, ich frage mich immer, was wäre passiert, wenn Peter den Wolf nicht gefangen hätte? Oh, je. Über ihn schwebte der Vogel. Ach, wie tapfer wir waren. Wir haben den Wolf gefangen. Wir beide zusammen. Juhu. Und wenn man genau hinhörte, konnte man die Ente im Bauch des Wolfes quaken hören, denn er hatte sie in seiner Gier in einem Bissen heruntergeschlungen. Ende Vielen Dank.